Gnade mit euch meine lieben tapferen Freunde und herzlich willkommen zurück bei Rising World Altarion. Eine Woche war ich jetzt weg und jetzt bin ich wieder da und die Rising World ist auch noch da, das ist sehr schön. Wir sind immer noch hier in unserem Gewächshaus, da hat sich auch jetzt nicht so viel getan während meiner Abwesenheit, außer, dass ich, oh Musik geht los, auch nicht schlecht, dass ich die Bogen nochmal geändert habe. Und das Geniale ist, bei dieser Anlage, am Morgen und am Abend verfärbt sich hier dieses Grün, also dieses, ja, Kupfergrün, sag ich mal, oder angelaufene Kupfergrün, so wunderbar im Schein der Sonne. Abends ist es noch extremer, da haben wir das dann von der anderen Seite und das sieht total klasse aus. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal bei Sonnenaufgang zeigen, deshalb bin ich extra so früh aufgestanden. Unfassbar, oder? Und was noch unfassbar ist, der Joe Slow hatte geschrieben, dass jetzt wohl die Boote zu färben sind. Es gab nämlich eine Änderung wieder, einen kleinen Hotfix und jetzt sind wohl die Boote, kann man jetzt wohl färben? Dann muss ich auch gleich mal nach dem Schwein gucken, ob das jetzt wieder normal ist. Das zweiköpfige Schwein, die Zweikopf-Sau. Äh, ne. Die sind mal noch zweiköpfig. Was auch ganz lustig ist, ist bei, ich packe mal hier mein Inventar ein bisschen frei, damit wir ein bisschen freien Zugriff haben auf alles. Da schauen wir doch gleich mal. Äh, die Ziege haben wir letztes Mal leider verbrannt. Verbrennt die Ziege? Hui, ich spring auf die Kuh. Ich stehe auf der Kuh. Wenn die jetzt geht, gehe ich dann mit? Hier, Kuh, geh mal. Naja, ich wollte sie jetzt gerade mit dem Hammer schlagen, dann wäre sie tot. Das wäre auch albern. Das wäre auch albern. Äh, ähm, ja, lass, warte mal. Bock springen. Lass mich mal vorbei. Guck mal, da passiert was Eigenartiges. Ah ja, ich will immer eigenartige Sachen zu berichten in der Rising World. Da ist das Karussell. Die Karussellhühner. Hui. 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 Das sind diese Hühner hier. Da. Oh Gott. Oh mein Gott. Mal sehen, ob ich die auf ein Foto kriege. Äh, weg. Jetzt sind sie da. Ich glaube, ich habe sie drauf. Ich habe die Karussellhühner drauf. Also eigenartige Sachen spielen sich hier ab. Kann man nicht anders sagen. Jetzt gehen wir mal zum Boot runter. Zum Hafen. Und schauen wir mal, ob der Joslo recht hat. Ich denke aber ja. Dann haben die uns gehört. Äh, Kuh. Tiere stehen ja schon ziemlich im Weg rum. Das heißt, die Kuh können wir eigentlich mal, ne? Tut mir zwar auch ein bisschen leid. Dann probieren wir es jetzt mal aus. Warte mal. Ich spring mal drauf. Achtung. Ups. Ach, armes Tier. Äh, wir brauchen ein Messer. Wir brauchen ein Messer. Da habe ich ein Messer. Jetzt rennen alle anderen Kühe natürlich panisch weg. Das ist auch schön. Sie reagieren also auf unsere Interaktion. Auch wenn es nur die, äh, mörderische Interaktion ist. So. Zack. Dann bringen wir die gleich mal. Ich hoffe, jetzt kommt hier keine Kuh langgerannt. Ich habe ein Messer. Naja. Die Schafe, denen geht es gut. Aber da ist eine Menge Wolle. Ah, da hinten ist immer noch Panik angesagt. So, warte mal. Dann können wir doch mal hier, äh, die Dinge an dem Trockengestell hängen. Das Gute beim Trockengestell ist, man braucht sich nicht mehr drum kümmern. So, damit das nicht verkommt, das Fleisch, ne? Hängen wir es ans Trockengestell. Hier sind keine Tierinnen, ne? Ich hoffe doch. Hier in meiner Schankstube, dass hier auch noch Tierinnen sind. Oh, hier ist ja schön warm. Und das bei dem Wetter, den Kamin. Oh. Äh. Da kommt gleich noch eine. Schnell durch. So, jetzt aber runter zum Hafen, Freunde. Jetzt aber runter zum Hafen. Wir wollen, nja. Äh, wir wollen erstmal gucken. Nehmen wir den Weg hier. Mein Gott, was für eine Viecherei hier überall. Guck mal, hier wachsen so ein paar Blumen. Die kann man aber leider nicht abschneiden. Und da hatte ich ja in der letzten Folge gefragt, ob ich das im kreativen Modus machen soll mit der Bepflanzung. Und ihr hattet ja gesagt. Ihr habt ja gesagt. So, jetzt wollen wir mal was ausprobieren. Wir nehmen erstmal einen Pinsel. Also suchen wir uns eine Farbe aus. Und zwar, knallrot möchte ich gerne. So. Äh, knallrot. Ah, es geht. Okay. Geht das auch noch röter? Ah, ja. Hier, na so. Knalle rot. Auswählen. Yeah. Oh, alter Schwede. Ui. Das tut natürlich schon ein bisschen weh. Ich kann das hier jederzeit umführen. Ah, sieht doch schick aus. Rot-Schwarz, ne? Und wie machen wir jetzt das, ähm... Was ist denn hier los am Hafen? Wasserschweine. Es ist ja unfassbar, was sich hier zuträgt. Da hinten ist auch alles voller Kühe und Schweine. Und ich glaube, da hinten baden die auch. Ah, nee, das ist ein Reh, ne? Da hinten ist ein Reh. Das sind mehrere Reh. Hä, hä, hä. Wie machen wir denn dann das, äh, andere? Äh, gelb natürlich. Logo. Ah, nur so ein bisschen gelb. Ah doch, jetzt kommt es. Hier, so. So ist cool. Dann sieht das so ein bisschen verwittert. Ah, nee, das war jetzt zu doll. Warte mal. Wieder abwischen. So ist cool. So gefällt mir das. Als wenn das so uralt ist, ne? Hier auf unserem Markt haben wir natürlich noch nicht mehr, als wir eigentlich... Das heißt, wir haben jetzt ja neue Kisten. Wir könnten ja hier ein bisschen was machen mit Kisten, ne? Noch ein paar Marktstände und sowas. Ja, das wäre machbar. Okay, Freunde. Äh, wir können die Boote färben. Das ist doch schon mal viel wert. Und was ich auch noch machen wollte, das mache ich jetzt vielleicht, bevor ich jetzt, äh, oben an dem Ding weiterbaue. Hier hat sich ja nichts getan, ne? Das heißt, wir könnten mal Tomaten ernten. Felder sind eigentlich reif. Ja, hier. Ja, alles voll mit Tomatis. Die arnte ich mal schnell ab. Und den Mais vielleicht auch. Das kann man ja immer mal wieder so zwischendurch machen, denn, äh, man muss diese Pflanzen ja nicht... Oh, hier ist gar nichts dran. Eine Blindpflanze. Und zack, zack. Das nehmen wir alles mal ab und dann packen wir schön in unsere Nahrungsergänzungskiste. Möhren haben wir ja oben bei dem, äh, ihr wisst schon, ne? Ah, wir wollten ja auch eine Brücke bauen. Ne, jetzt machen wir erst mal weiter im Gewächshaus. Was ich aber auch unbedingt noch machen wollte. Metallsuchgerät, denn unsere Metallvorräte gehen so langsam zur Neige. Äh, machen wir vielleicht heute, um erstmal wieder reinzukommen. Pass auf, dann packe ich jetzt immer das ganze Kram. Bauen wir heute mal nicht im Gewächshaus weiter. Äh, ich hätte die Tomaten da unten lassen können. Dann bringe ich sie zur Schenke. Ich bringe sie zur Schenke. Ja, 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 ja. Da werden sie gebraucht. Immer dahin bringen, wo das Material auch gebraucht wird. Wir haben nicht mehr viel Eisen. Wir haben noch 118 Eisen. Äh, und Aluminium und so haben wir auch nicht. Aber es gibt ja, und das Gerät haben wir noch nicht hergestellt. Es gibt ja hier, äh, unter Werkzeug, gibt es ja diesen Metallsuchdetektor. Dafür brauchen wir acht Aluminiumplatten, zwei Platinen. Oh, Platinen sind auch nicht so billig. Platinen brauchen wir nämlich auch. Acht Aluminiumdraht, Goldplatten, Wolfram. Ach du Scheiße. Äh, ob ich das alles habe? Wir haben noch, hier ist auch noch Aluminiumbarren. Okay, ich sag das jetzt mal alles ein. Hier haben wir Wolframdraht. Hier haben wir Gold. Ich glaube, an Gold könnte scheitern. Ich glaube, an Gold könnte scheitern. Goldplatten brauchen wir. Eine. Na, das geht. Das heißt, wir brauchen einmal zwei Goldplatten. Werkbänke, äh, allgemein zweimal Goldplatten. Goldplatten. Zweimal Goldplatten. Okay, die haben wir. Dann brauchen wir acht Mal Aluminiumdraht. Aluminiumdraht. Äh, brauchen wir also 16 Mal. Ah, ne, war der da oben. 16 Mal herstellen. Ich hoffe, wir haben da noch genug Platten, aber wir haben ja auch noch Barren, ne? 16 Mal Aluminiumdraht haben wir jetzt auch. Okay, wieder auf allgemein. Ah, sind wir ja. Äh, so, jetzt können wir hier von zwei herstellen, ne? Zwei. Was fehlt uns denn? Eisenplatten, okay. Ähm. Keine Ahnung, ich habe eben nicht drauf geguckt, wie viele eine, ja gut. Herstellen, herstellen. Zwei Aluminiumplatten. Also zwei Platinen, genau. Zwei Platinen. Jetzt können wir langsam mal wieder zum Werkzeug gehen. Okay, wir haben alles. Wir haben alles. Okay. Einer reicht, ne? Eins und den reicht. Okay, jetzt haben wir einen Erzdetektor. Das ist total gut. Äh, wo wenden wir den an? Am besten in unserer Mine. Das heißt, ich packe erstmal das ganze Material jetzt wieder zurück, damit wir das auch einmal hier so ein bisschen geordnet haben. Und dann probieren wir das Ding einfach mal aus, ne? Man muss auch mal Sachen ausprobieren. Das heißt, die Steine lasse ich hier. Mh, nein, das ist Holz, ne? Ja, das ist Holz. Hier ist Stein. Und vielleicht sollte ich mir eine Kopflampe machen. Habe ich sowas schon? Ich glaube nämlich, ich habe noch keine Kopflampe. Okay, warte mal, hier können wir auch noch Steine reinschmeißen, so. Haben wir ein bisschen, oh, das Gold. Das Gold schleppe ich natürlich nicht mit in die Mine, ne? Das Gold muss noch weg. Äh, und die Tomaten und das Kram bringen wir dann auch weg. Das bringen wir doch unten zur Hütte. Den Rest nehme ich einfach mit. So, ähm, Essen haben wir genug. Und ich wollte eine Kopflampe haben. Ich habe hier so mein Werkzeug. Ne, da habe ich sowas nicht. Was brauche ich? Äh, da brauche ich doch auch wieder. Warte mal. Äh, einrichten. Quatsch. Werkbänke. Wo ist denn das? Äh, Ausrüstung wahrscheinlich. Ah, es gibt keine Kopflampe. Es gibt nur eine Taschenlampe. Hm. Es gibt eine Taschenlampe und dann gibt es auch diesen großen Scheinwerfer, ne? Ah, Mist. Ne, dann nehmen wir nur Fackeln mit. Habe ich die noch irgendwo rumoxidieren? Das weiß ich gerade nicht. Äh, ich gucke mal unten in der Hütte, ob wir da noch eine Taschenlampe haben. Ich bin völlig unvorbereitet, wie ihr wahrscheinlich gerade, äh, merkt. Wenn nicht, machen wir hier solche, solche, ähm, Fackeln einfach mal selbst, ne? Selbstbau-Fackeln. Dann muss es einfach mal das sein. Wenn es jetzt eine Kopflampe geben hätte, dann hätte ich ja die Hand frei gehabt. Okay, pass auf. So, das kommt da rüber. Äh, das kommt hier hoch. Das kommt da rüber. Und das kommt da auch rüber. Und den Mais nehmen wir natürlich auch nicht mit. Jetzt gucke ich mal meine Kisten und Kästen. Okay. Okay, hier ist schon mal nichts. Äh, Skelette gibt es ja glücklicherweise noch nicht. Wir haben hier so ziemlich gar nichts, ne? Aber Fackeln können wir auch an der einfachen Werkbank hier vorne herstellen. Allgemein Fackeln. Da bauen wir uns jetzt mal, ja, keine Ahnung, zwölf Stück. Und dann hiervon bauen wir uns auch zwölf Stück. Okay, wir brauchen noch Stöcker. Wir brauchen noch Stöcker. Was? So viel Holz habe ich nicht mehr? Oh, wei. Was? Ich habe doch Holz mit. Hä? Habe ich das Holz weggepackt? Warte mal. Ah, alles klar, Holz. Ja, 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 ja. Holz. Ich und mein Holz, ne? Machen wir 64. Dann machen wir 64 Stöcker. Ich könnte das jetzt auch eingeben. Ja, ich weiß. Bitte sitz mir nach. Und jetzt machen wir hier, keine Ahnung, so viel wie geht. Von den zwölf, ja, kommen hier 15 Fackeln. Die können wir jetzt ja auch stacken. Das ist das Gute daran. So, Holz kommt alles hier runter. Jetzt haben wir noch fucking über ohne Ende. Du kommst auch da hoch. Messer brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist die Spitzhacke. Ja, die soll es erstmal tun. Und vor allen Dingen brauchen wir das Metallsuchgerät. Da. Das will ich mal ausprobieren. Okay, hier kann ich umschalten. Gold, Wolfram, Aluminium, Eisen. Alle Erze. Okay. Dann rennen wir jetzt mal runter in die Mine. Die ist ja unten. Mal gucken, ob wir damit tatsächlich fündig werden. Was ist denn hier am Strand los? Ah, 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 ah. Äh. Ja, warum ist da ein Hirsch in meiner Mine? Wir haben ja zwei Minen, ne? Einmal die hier. Die eine ist nicht so groß, die andere ist etwas größer. Und dann hier hinten haben wir auch noch eine. Ey, lass mich mal durch. Ich hoffe, da sind nicht noch so viele Tiere. Natürlich, ein Schwein in der Mine. Das ist doch eine Schweinerei. Okay, hier habe ich über Lampen hängen. Ja, das ist, hier geht es weiter. Was machst du denn? Was macht ihr denn alle hier? Geht mal beiseite. Ähm. Äh, lass mich mal durch. Oh wei. Ne, die geht gar nicht weiter. Ach hey, jetzt komme ich hier nicht wieder hoch. Hilf mir mal, du. Okay, äh. So viel Zeit muss sein. Lass mich mal raus. Lass mich mal raus. Okay, landen. Boah. Fliegen in der Hülle ist auch nicht so schlau. Was ist denn? Äh, haben wir jetzt gehört? Ah, da geht es, glaube ich, raus. Das war auf jeden Fall die falsche Mine. Äh, dann nehmen wir die erste. Was ist denn hier los? Ich glaube, hier muss ich mal ein großes Schlachtefest veranstalten. Alter Schwede. Tierüberflutung. Ja, das sieht besser aus hier, ne? Hier habe ich auch Fackel benutzt. Die etwas günstigere Variante. Müssen wir uns mal merken. Da wo die Fackel, also das ist hier die Fackelhöhle. Äh. Und das geht jetzt ziemlich weit runter. Ich habe hier einfach mal immer weiter gebuddelt, weil ich wollte ja Aluminium finden. Beziehungsweise die edlen Nerze. Deshalb gehen wir jetzt hier mal ganz runter. Das geht immer so in so einem Kreis. Immer ein bisschen. Ähm. Äh, das ist ja unfassbar. Wie kommt denn hier eine Kuh hin? Komme ich da rüber? Ich komme da nicht durch. Okay. Ähm. Das brauche ich doch wieder als Messer. Verdammt. Oh Gott. Was für ein Geräusch ist das denn? In der Höhle. Okay. Jetzt ist es weg. Und ich habe Rohstfleisch dafür gekriegt. Nicht schlecht. Müssen wir auch nur daran denken, dass wir das noch haben. Äh. Dass wir das dann auch. Warte mal. Okay. Jetzt gibt es hier zwei Ecken. Einmal geht es nach hier. Da habe ich glaube ich schon was gefunden. Wir sind jetzt schon ziemlich tief. Wir sind jetzt. Ich gucke mal. Ähm. Da unten steht es. Auf. Wir sind schon ziemlich tief. Ihr wisst jetzt was das bedeutet. So. Jetzt schmeiße ich immer das Ding an. Jetzt sagt er. Nach da ist Eisenerz. Okay. Aluminiumerz. 100%. Das heißt, wenn ich jetzt hier buddle. Tatsache. Da ist direkt Aluminiumerz. Das ist ja geil. Ah. Okay. Okay. Da ist ein harter Brocken hier. Hier ist direkt Aluminiumerz. Wie cool ist das denn bitte? Dreck gefunden. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 14 Aluminiumerz. Das ist nicht schlecht. Okay. Nochmal das Gerät raus. Okay. Hier haben wir nochmal Eisenerz. Das ist jetzt etwas weiter weg. Aber es müsste hier. Da. Tatsache. Das funktioniert ja wunderbar. Freunde. Das ist ja richtig genial. Warte mal. Ich nehme mal die Fackeln. Wir brauchen nämlich eine Menge Eisen für die ganzen Fenster. Weil Fenster sind ja Eisenbutzenfenster sozusagen. Anzünden. Und wir brauchen eine Menge Eisen einfach für die Fenster. Äh. Quatsch. Mist. Hups. Äh. So. Weil das sind ja richtig viele Fenster, die wir da in dem Gewächshaus brauchen. Und ich meine Eisen brauchen wir dafür. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und Aluminium brauchen wir halt auch noch. Das kommt ja noch dazu. Alter. Wie viel Eisen ist denn hier? Das ist ja genial. Also. Äh. Metall. Ich werde das nochmal hier. Warte mal. Ich beleuchte das nochmal ein bisschen schöner. Steine können wir ja auch mal gebrauchen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt Steine zu viel hätten. So. Beleuchtung. An. So. Guckt euch das an. Wie viel Eisenerz das ist. Wahnsinn. Äh. Ich mache mal ein Foto mit dem Metallsuchdetektor. So. Für. Na. Ihr wisst schon. Für die Folge. Denn es geht ja heute erstmal um Rohstoffsuche. Ja. Geil. Dann können wir das Ding ja richtig gut anwenden. Ich möchte jetzt aber gar nicht viel tiefer gehen. Weil sonst irgendwie irgendwann in der Hölle. Wah. Nein. Ähm. Ich konnte ja kurz sehen. Auf welcher Höhe ich mich ungefähr befinde. Wir eruieren das auch nochmal ordentlich. Alter. Das ist aber eine richtig fette Eisenader. Ich weiß nicht ob es da schon Änderungen gab jetzt in letzter Zeit. Von den großen Schöpfern dieser Welt. Aber das lohnt sich ja hier richtig. Naja. Dann werden wir das erstmal nehmen. Äh. In den kommenden Folgen werde ich mich dann halt weiter um die äh. Um das Gewächshaus kümmern. Ja. Wir dürfen jetzt nicht die Tageszeit vergessen. Wir haben den Tag ziemlich früh angefangen. Das heißt wir müssen spätestens so irgendwann raus. Hahaha. Äh. Ich hab mich übrigens sehr gefreut über die neun Leute die dazukommen sind. Äh. Während meiner Abwesenheit. Aber wie schon gesagt. Jetzt bin ich wieder da und hab auch Zeit. Das heißt es werden jetzt mal ein paar mehr Folgen kommen. Ist ja ein wenig eingeschlafen. Hahaha. Aber das lag wirklich nur daran dass ich auf Reisen war. Ja. Und da wird es dann auch nochmal was geben von der Reise. Okay. Also so weit so gut. Wir werden gleich nochmal das Metallsuchgerät äh in Anspruch nehmen. Weil vielleicht finden wir hier noch andere tolle Sachen. Gold zum Beispiel. Da haben wir nicht sehr viel von. Man kann auch speziell nach Gold nur suchen. Hm. Ich weiß nicht. Oh alter Schwede. Aber bis ich hier erstmal durch bin mit dem ganzen Eisen. Eisen. Das ist glaube ich die größte Eisenquelle die ich bisher so aufgetan habe. Bist du verrückt. Man kann natürlich auch draußen äh an der Oberfläche Eisen finden. Das wisst ihr ja. Okay. Da glänzt es auch noch. Meine Herren. Warte mal. Ich mach mal hier so einen kleinen. Und überall wo es so glitzert sind auf jeden Fall Ärzte. Das ist schon mal. Äh. Hm. Na das ist auch noch Eisen nur ein bisschen. Aber auch das nehmen wir mit. So. Das hacken wir hier alles schön aus dem Berg raus. Und irgendwann wird es ja auch mal wieder Höhlen geben. Und da bin ich sehr gespannt. Ob die sich dann unterscheiden von denen die äh wie ich sie bis jetzt aus der alten Welt kenne. Die alte Welt. Okay. Jetzt haben wir es aber gleich. Ne. So. Jetzt gucken wir mal. Ja. Ich weiß nicht ob da schon Eisenherz vorher dabei war. Ich kann es mir vorstellen. Da oben ist auch noch Eisenherz. Ich dreh durch. Das hilft uns natürlich richtig weiter bei unserer ähm Gewächshausgeschichte. Da bin ich schon mal sehr happy. Na komm. Das nehmen wir auch noch. Oh. Es hört überhaupt nicht auf. Es hört überhaupt nicht auf. Da schlägt doch das Herz eines jeden Ähärzsuchers höher oder nicht. So jetzt. Das war es jetzt aber. So. Jetzt gucken wir nochmal. Mit Gerät. Ernst. Äh. Eisenerz. Aluminiumerz. Eigentlich ist es noch ziemlich weit entfernt. Da irgendwo ist Aluminiumerz. Okay. Noch in einiger Entfernung. Ich gucke mal ob wir jetzt näher kommen. 48%. Warte mal. Da. Da. 40%. 48%. Ja. Es muss irgendwo schon in diese Richtung liegen. Dann werden wir uns hier mal so einen kleinen Zweiggang einfach buddeln. So. Warte mal. Ja es geht schon nach hier. Es geht schon in die Richtung. Na ungefähr. Machen wir hier nochmal ein Stück weiter. Ja damit können wir richtig gut Erd suchen. Ich werde auch gleich nochmal ausprobieren ein Erd an der Oberfläche zu suchen. Damit wir das dann eventuell auch. Aber die edlen Erze finden wir halt nur hier unten. Das ist leider so. Okay. Nicht verbrennen. Kann man sich eigentlich in der Fackel auch verbrennen? Oh. 60%. Wir kommen der Sache näher. Machen wir ein Stück weiter hier. In den Berg reintreiben. Unseren Gang. Okay. Eisenherz ist da. Aluminiumherz. Hier hinter. Hier hinter muss es sein. Hä? Wo ist es denn? Hat der doch eben? Hier hinter das Aluminiumherz. Sagt er. Ah da ist es. Okay. Funktioniert ziemlich zuverlässig das Ding. Und Aluminium brauchen wir ja für alle möglichen Spezialbauteile. Von daher. Nehmen wir es natürlich auch mit. Fackel hier hin. Äh. Ne. So. Ne. Da glitzert es. Und da müssen wir hin. Ah. So. Ich glaube die Aluminiumherzadern sind immer etwas kleiner. Als die Eisenerzvorkommen. Das heißt es ist schon seltener. Jetzt können wir ja nochmal gucken ob hier noch was ist. Ne. Okay. Ah. Jetzt gehe ich mal wieder raus hier. So. Hier geht es ja auch noch runter. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Sieht schlecht aus. Hier geht es nochmal in so einen Seitengang rein. Was haben wir da? Wolfram. Nach da ist Wolfram. Aber ist schon noch sehr weit entfernt. Ja. Das ist sehr weit entfernt. Mal gucken ob wir noch irgendwas finden hier. Was war das? Gold. Ich glaube genau hier drunter. Warte mal. Eisenerz. Okay. Damit werde ich auf jeden Fall vorankommen. Das heißt ich werde die Arbeit hier mit dem Metalldetektor auf jeden Fall nochmal weiter treiben. Was war das? Habt ihr das Geräusch gehört? Oder war das die Musik? Gott. Aber auf jeden Fall haben wir hier ordentlich Eisenerz und auch ein bisschen Aluminiumerz dabei rausgeholt. Eigentlich wollte ich nochmal zeigen wie das funktioniert. Auf jeden Fall ein sinnvolles Ding. Da lohnt es sich die Zeit zu investieren. Wenn ich jetzt hier machen würde ich wahrscheinlich nichts mehr groß finden. Ach das sind die Tiere da oben. Die so Geräusche machen. Unfassbar. Ja können wir doch unseren Ofen mal wieder bestücken. Das ist noch eine feine Sache. Es ist auch noch Tag. Es ist noch Tag. Jetzt wollen wir das Ding mal draußen ausprobieren. Und zwar. Geben wir jetzt mal hier irgendwo seitlich in so eine Schlucht rein. Und gucken dann mal einfach ob wir da auch noch Sachen angezeigt kriegen. Wenn ich hier so hingehe. Zum Beispiel. Da zeigt er mir jetzt Wolfram an. Okay. Das ist ja cool. Also einfach die Einstellung komplett so lassen. Ich will mal woanders nochmal gucken. Hier ist mir das zu nah dran. Ich möchte hier nicht die Gegend verschandeln. Wir können ja mal kurz hier den Flieger machen. Erhöhlen wir mal unsere Geschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Hier zum Beispiel. Wo fliegen wir denn mal hin? Hier einfach irgendwo. Noch ein Stück weiter. Und wow. Wow. Hier da hinten zu den Bergen. Da hinten fliegen wir jetzt mal hin. Und dann suchen wir da nochmal. Ich bin der fliegende Hammermann. Okay. Landung. In 5, 4, 3, 2, 1. Landung. Okay. Okay. Aluminium. Zeig ich mir auch noch was an. Ja. Schlägt immer mal wieder aus. Allerdings wenn er da bei 1% oder sowas ist. Hier irgendwas. Ne. Da müssen wir wirklich mal in die Berge mit gehen glaube ich. In die Berge. Und dann da mal gucken. Also Tiere hat sie jetzt wirklich sehr sehr viele. Wenn ich jetzt hier höher gehe ist natürlich blöd. Da hinten sind ja die Berge. Da hinten sind ja die Berge. Ach passt auf. Wir machen das so. Ich werde jetzt mal zu den Bergen rennen. Und dann werde ich da einfach mal ein bisschen suchen. Oh was ist. Hier waren wir auch schon mal. Das ist hier die Ecke mit dem abgestorbenen Holz. Ich muss mal was essen. Ich habe Schmacht. Das war jetzt so. Vielleicht finden wir hier in diesen Wäldern. Mit dem abgestorbenen Holz noch irgendwas Spezielles. Eisen. Der Eisenwald. Ah Eisen. Ich bin ja noch auf der Suche nach so ein paar Sachen. Mir fehlen ja noch. Habe ich meine Sichel dabei? Ah doch doch habe ich. Ich habe die Sichel dabei. Das heißt wenn wir jetzt ein spezielles Kraut hier finden. Dann können wir auch die Sichel nutzen. Der tote Wald hier. Waren wir hier schon mal? Im tote Waldgebiet? Hier ist auf jeden Fall Eisen. Das lasse ich jetzt erstmal liegen. Weil wir haben jetzt ja die Möglichkeit viel Eisen zu finden. Und da hinten haben wir das Hochgebirge. Dann würde ich da einfach nochmal suchen. Ich habe natürlich jetzt nichts mit. Kein Zelt und nichts. Da war ich jetzt nicht drauf eingestellt. Okay. Hier wachsen nur. Salat war es. Genau. Salat habe ich ja noch gesucht. Wir waren echt schon lange nicht mehr unterwegs. Die letzten Folgen haben wir fast nur gebaut. Ohne jetzt. Ohne jetzt irgendwie unterwegs gewesen zu sein. Aber guck mal an dieser Bergflanke da rechts. Das wäre doch eigentlich ideal um danach irgendwas zu suchen. Also hier nach. Ihr wisst schon. Die Frage ist jetzt halt. Wenn ich jetzt. Wenn jetzt die Nacht kommt. Dann habe ich ein bisschen Problem. Dann habe ich vielleicht ein kleines Babyproblemi. Was? Gott mit dem ganzen Eisen in der Tasche ist es gar nicht so leicht zu schwimmen. Da hätte ich vielleicht mal drüber nachdenken sollen. Bevor ich losgehe. Aber guck mal da oben in den Bergen. Eigentlich heißt es ja so am Fuß von Bergen in der Höhe. Im Wasserhöhe. Da soll man suchen. Da habe ich meinen Kompass damit. Den habe ich eigentlich immer in der Tasche. Meinen Kompass habe ich eigentlich immer in der Tasche. Das heißt. Da werde ich schon was finden. Es gibt ja noch keine wilden Tiere. Das ist ganz gut. Ich habe aber schon Ankündigungen gehört von der Familie. Dass die auch wilde Tiere aussetzen wollen. Weil ihr seht ja was hier los ist. An friedlichen Pflanzenfressertieren. Wenn das so weiter geht. Dann wird hier irgendwann kein Grashalm mehr stehen. Weil die einfach alles platt gefressen haben. Ich bin sozusagen der einzige Predator momentan. Und das ein bisschen wenig. Da muss mehr passieren. Okay. Wir sind da. Oh, Sar. Okay. Jetzt hole ich mal mein Metallsuchgerät raus. Und ihr seht schon. Eisen, Erz, Aluminium. Das wird mir alles angezeigt. Ja, ja. Das ist hier schon das richtige Gebiet, um nach sowas zu suchen. Das ist schon das richtige Gebiet. Ich lasse ihn einfach mal draußen. Also den, ihr wisst schon. Den Erzdetektor. Dann gehen wir hier einmal um den Berg rum. Ah, der ist ziemlich groß. Der ist ziemlich groß. Was ist hier unten? Das sind Eisenbrocken. Was wächst hier oben? Es müsste auch ein Gemüsesuchgerät geben. So, warte. Oh, Sar. Ach ja. Äh, da komme ich jetzt nicht hoch. Müssen, glaube ich, hier außen rumrennen um den Berg. Das ist so ein Gemüsesuchgerät, wo man dann Kohle, äh, hier Salat einstellen kann. Und dann findet man den eventuell auch. Dann machst du das Essen schnell. Ja, die Berge sind schon teilweise echt krass. Äh, und auch weitläufig, ne? Wir waren ja auf einem Berg, waren wir schon oben. Da haben wir, glaube ich, sogar einen Gipfelkreuz aufgestellt. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja, haben wir gemacht. Hier komme ich doch hoch auf der Flanke. Äh, war ich hier vielleicht sogar schon mal? Es sieht mir hier so gebuddelt aus. Hier. Jetzt gucke ich nochmal wegen... Alter Schwede, wie steil das hier einfach ist, ne? Wow, ouch. Jetzt habe ich mir einen Fußverknicks. Auch das noch. Aluminiumerz, 60%. Hier. Da, 60%. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinbuddeln müsste, eigentlich ziemlich demnächst Aluminiumerz kommen. Also es kann sich nur um Stunden handeln. Dann mache ich mir hier so eine kleine Höhle rein. Dann kann ich da gleich die Nacht verbringen. Und kann aber auch gleichzeitig Aluminiumerz suchen. Dann brauchen wir mal ein Gerät, die Gerät. Hä? Das muss aber ein kleines Vorkommen sein. Eisen? Hier hat er mir doch eben Aluminium angezeigt irgendwo, oder? Wartet mal. Es wird gerade schon dunkel. Verdammt. Jetzt habe ich wieder die Zeit verdödelt. Ich werde mir jetzt hier eine Höhle bauen. Und dann brauche ich eigentlich noch irgendwie... Aber ich habe... Warte mal. Ah, aber ich habe keine Werkbank. Ah, Crafting. Werkbänke. Primitive Werkbank. Herstellen? Das ist ja... Die muss ja immer... Ach du Scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe... Ein paar primitive Werkbänke hergestellt. Ein paar viel, ne? Ach verdammt. Was mache ich denn jetzt mit so viel... Warum mache ich denn... Weil das nur eingestellt war. Ich habe 15 primitive Werkbänke hergestellt. Hm. Okay. Einrichten. Hier. Strohbett. Brauche ich Stoff oder Stofffasern? Verdammt. Ich kann gar kein Bett machen. Aber ich habe 15 primitive Werkbänke. Und da ist doch irgendwie Erz, oder? Ne. Es waren nur Steine. Die aussahen wie Erz. Ja. Ich mache mir jetzt hier so eine kleine Behelfshöhle hin. Und dann werde ich hier die Nacht verbringen. Und morgen sehen wir dann weiter. Was mache ich denn mit dem ganzen... Verdammten Werkbänken? Ach Mann. Ich bin aber auch ein Eumel. So. Zack. Da kann ich ja mit dem Handel mitgehen. Ja. Die kommen ins Konto. Die werden ja verkauft. Ich sage nur von dieser exklusiven Stelle hier in meiner kalten Höhle ohne Bett. Liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Ceron aus der grausamen Rising World Altarion. Aber ich habe es auch noch mit dem Handel. Ich bin aber auch mit dem Handel. Ich bin aber auch noch der nächste Dauer. Ich bin aber auch der andere Dauer. Vielen Dank.